hallo und herzlich willkommen auf dem kanal Pella 2104 99 wenn du dabei bist wir sind auf der Ebelsbach map und ja aktuell Gülle ausfahren mal auf Feld 1 noch gar nicht gehabt noch mal auf Feld 1 speichern so zack haben wir gemacht erfährt ein Vorgewender was haben wir noch er war fertig mit Mienen jetzt auch war es mittlerweile da das heißt wir werden ihn trotzdem erstmal jetzt hier hinstellen werden uns hier den Kollegen schnappen wir werden uns den Düngerstreuer holen quasi den Miststreuer und werden auf Wiese 47 gehen weil die werden wir jetzt nicht mit Gülle bearbeiten sondern aufgrund der Größe und so weiter werden wir hingehen und werden da jetzt werden wir da Mist drauf streuen weil da sind wir ja schon tot waren ansonsten müssen wir mal gucken wenn wir jetzt wieder Geld haben müssen wir gucken was für eine Gülle Technik wir gehen können auf was für eine Größe weil das mit dem kleinen Fass das nicht wünschenswert Maske nicht gebadet jetzt aber starten wir den jetzt mal wenn nicht viel aufzufüllen funktioniert weitgehend am auffüllen ja was würde uns denn die Gülle Technik kosten also zu groß 1000 wir haben jetzt das hier mit 10.000, 16.000 ist dann natürlich auch nicht gerade sehr viel ja wäre hier das gerannt der hat gar kein Schlitzgerät oder irgendwas wo man dann 20.000 dann wären das eigentlich hier diese 100.000 plus Schlauch 103.000 wären wir dann da so jetzt hier 48 haben wir da schon was macht nur kühl aus dann müssen wir hier nochmal was Neues wie gesagt immer genau machen nur noch einfache Umfahrung was nicht funktioniert würde ich sagen nochmal nochmal sieht es besser aus das ist es ist Okay. Wir melden sich auch fleißig zu Wort. So, starten wir mal. Ach, der hier nie rumkommt. Okay, er fährt aktuell richtig. So, dann einmal raus und dann hier rüber. Okay. 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 nach rechts geachtet und nicht gesehen das war mal weiter so das klappt jetzt hier klappt hier nicht klappen da kommt sie nämlich nicht rüber ja passt passt auch ganz gut aktuell wiese haben wir nicht also das heißt wir könnten hier eigentlich wieder ja wobei brauchen wir nicht weil aktuell haben wir so nichts zu tun drei felder müssen wir noch dünnen beziehungsweise ne ja es ist noch zwei jetzt haben wir auch noch bis da was sprieß quasi ja wobei eigentlich könnten wir also ist das mal was machen wir ich denke mal das funktioniert schon da die anderen zwei beschäftigt sind wir uns den jetzt mit der press und werden jetzt einfach mal pressen ja sollte nicht gucken und naja ihr wisst schon dann fertig zu sein dann kann man gleich weitermachen ja 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 wo sind wir jetzt feld 3 gucken wir mal schnell aber feld 3 hier ja gucken wir mal gerade gucken wir mal gerade können wir den auch zum Güller auftanken und misstanken gucken wir mal auf ja ja Ja, starten wir. Jetzt auch mal mit. Fertig? Gut. So, fällt drei. Drei. Okay. Ankele ausbringen, erster Wegpunkt einstellen. Nee, der war jetzt noch nicht ganz fertig. Ich habe... Okay. 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 Okay.